Das ist Druschpa FM. Druschpa heißt Freundschaft. Die Russische Föderation bittet die Länder Afrikas, Asiens und Südamerikas zum Beitritt in die Asian Peace Connection und plant Militärbasen entlang der EU- und USA-Grenzen. Ein Beitrag von Gotthilf Freudenreich. Russland hat vor zwei Wochen die diplomatischen Beziehungen zu Spanien abgebrochen und ein Handelsembargo verhängt. Es wirft Spanien eine Hexenjagd gegen die demokratische Opposition der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung vor. Russland und seine Verbündeten in der Asian Peace Connection erkennen nur den selbsternannten Präsidenten Carles Puigdemont als Staatsoberhaupt Katalaniens an, weshalb sie gegen Spanien besonders harte Wirtschaftssanktionen verhängt, sowie die spanischen Goldreserven bei der Bank of Moscow eingefroren haben. Darüber hinaus lehnen sie jede Verhandlung mit der reaktionären Regierung Spaniens ab, bis diese sich dem internationalen Druck beugt. Die Wirtschaftssanktionen zeigen insbesondere bei der Normalbevölkerung Wirkung, da diese auf Medikamente aus Russland angewiesen ist. In einem Interview mit der Bravda antwortete die russische Außenministerin, ob 500.000 tote Kinder kein zu hoher Preis seien, um das reaktionäre System in Spanien zu brechen, und ob es das wert sei. Immerhin habe ihr Land in den letzten 13 Jahren 5 Milliarden Rubel in die spanische Opposition gepumpt, um eine erfolgreiche Farbenrevolution durchzuführen und die östlichen Werte in Spanien einzuführen. Man sehe auch in anderen Ländern der EU mit Sorge die zunehmende Einschränkung von Demonstrations- und Meinungsfreiheit, wie zum Beispiel im gewaltsamen Vorgehen der entsprechenden Regierungen gegen friedliche Demonstrationen in Paris, Hamburg, Barcelona wegen der Unabhängigkeitsbewegung, in Madrid, Amsterdam und Berlin zu den Corona-Demos oder die Diffamierung anerkannter Wissenschaftler in dem öffentlichen Diskurs über eine Krankheitswelle. Deshalb werde man weiter die demokratischen Strömungen finanziell und ideologisch unterstützen und habe dazu eine eigene Schulungseinrichtung für Revolutionäre gegründet, die von einem reichen russischen Oligarchen, dem eine offene Gesellschaft sehr wichtig ist, zusätzlich gesponsert werde. Darüber hinaus wirft Russland der EU schwere Menschenrechtsverletzungen gegen den Betreiber der Enthüllungsplattform Wikileaks vor. Es geht davon aus, dass die Geheimdienste der NATO an Julian Assange ein Exempel statuieren wollen, indem sie ihn in der Öffentlichkeit zu Tode foltern. Diese menschenverachtende Haltung sei typisch für die westlichen Staaten und ihre Geheimdienste von der Ermordung demokratisch gewählter Präsidenten im Iran, Chile, Kongo über Abu Ghraib bis Guantanamo oder die Unterstützung radikaler und neofaschistischer Milizen in Osteuropa und im Nahen Osten, wenn sie denn den eigenen Zielen dienten. Im UNO-Sicherheitsrat prangert Russland und sein engster Verbündeter, die Volksrepublik China, außerdem immer wieder die völkerrechtswidrigen Annexionen Jugoslawiens, Afghanistans, Libyens, Iraks und Syrien durch NATO-Truppen an, bei der einhunderttausende Menschen das Leben verloren hatten. Deshalb stuft Russland viele Politiker der EU als Kriegsverbrecher ein. Unter anderem wurde der sogenannten Bundeskanzlerin Deutschlands und einigen ihrer Kabinettsmitglieder wie Außenminister Maas, Bundespräsident Steinmeier sowie den verschiedenen Kriegsministern die Konten gesperrt und sie mit einer lebenslangen Einreisesperre belegt. Eine Anzeige beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag stehe noch aus, da diese Leute unter Immunität stehen und man in Russland das Völkerrecht sehr ernst nehme. In den Medien Russlands wird heftig diskutiert, ob man die EU überhaupt noch als eine Demokratie bezeichnen kann, da diese nicht demokratisch legitimiert ist. Deshalb spricht man dort noch vom EU-Regime unter Machthaberin von der Leyen, die durch einen offensichtlichen Wahlbetrug an die Macht gekommen sei. Das Europaparlament sei nur ein demokratisches Feigenblatt, ohne jede Entscheidungsgewalt und in sicherem Abstand zur Führungsklicke dieses neoliberalen Regimes in Brüssel. In einem aufsehenerregenden Urteil des russischen Verwaltungsgerichtes wurde den von ihren Regierungen finanzierten Sendern Deutsche Welle und Radio Liberty Wühlarbeit gegen den russischen Staat und die Produktion von Fake News vorgeworfen. So hätten sie zum Beispiel den Genozid der deutschen Wehrmacht an 25 Millionen Russen sowie die völkerrechtswidrige Angliederung der Krim an die Ukraine 1954 durch Khrushchev geleugnet. Deshalb wurden sie als ausländische Geheimdienste klassifiziert und alle Mitarbeiter ausgewiesen. Mitte letzter Woche beschlagnahmte die russische Regierung einen US-amerikanischen Tanker auf offener See, der trotz des von Russland ausgerufenen Handelsembargos Erdöl aus den USA in die EU bringen wollte. Darüber hinaus hat die russische Regierung Gesetze gegen den Bau einer Erdgaspipeline zwischen der USA und der EU erlassen, weil diese russische Interessen beeinträchtigen würde. Deshalb würden sie alle beteiligten Firmen mit einem weltweiten Boykott belegen und ihre Vermögen einfrieren. Russland sehe das als angemessene Reaktion, weil die USA sich nicht an den vor Jahren ausgehandelten Atomvertrag hielten. Weiterhin wurden die USA von der Ausrüstung des russischen G5-Netzes ausgeschlossen. Sowohl die Datensammelwut der NSA als auch der Einbau von Hintertüren in Netzwerktechnik durch amerikanische Konzerne wie Cisco und Juniper auf Anweisung der dortigen Regierung disqualifiziere diese Firmen für die Ausschreibungen. Außerdem wirft die russische Regierung der USA vor, dass sie radikale Terrorregimes wie die Taliban und Diktatoren in Saudi-Arabien, Brasilien und anderswo unterstütze und im UNO-Sicherheitsrat wichtige Entschlüsse mit ihrem Veto blockiert. Dort sei bekannt, dass sich die USA weder an das Völkerrecht noch an die Menschenrechte halte. Von der Ausrottung der eigenen indigenen Urbevölkerung über die Sklaverei Agent Orange in Vietnam und Militärputsche in Lateinamerika, Uranmunition im Nahen Osten bis zur Unterdrückung der Afroamerikaner. Heute zieht das Regime eine einzige Blutspur hinter sich her. Gegen die letzten zehn US-Präsidenten sei jeder iranische Mullah eine Lichtgestalt. Deshalb habe die Duma sich entschlossen, die USA den Schurkenstaaten zuzurechnen und sie mit der internationalen Ächtung der freien Welt zu belegen. Um seinen Forderungen gegenüber der EU und der Akzeptierung der östlichen Werte Nachdruck zu verleihen, hat der russische Präsident drei Fregatten, zwei Atom-U-Boote und einen Flugzeugträger in die Nordsee entsandt, die in den nächsten Tagen vor Helgoland ein Militärmanöver durchführen werden, um die Verteidigungskraft der russischen Armee zu demonstrieren. Außerdem wird die Luftaufklärung an den Grenzen zur EU verstärkt. Um Asien vor dem Aggressionspotenzial von EU und NATO zu schützen, habe sich Russland entschlossen, entlang der gesamten EU- und USA-Außengrenzen Militärbasen zu errichten und Mittelstreckenraketen zu stationieren. So zum Beispiel in Nordafrika, Mexiko und Kanada. Außerdem hat sie alle Staaten, vor allem die Länder Afrikas, Asiens und Südamerikas, eingeladen, der Asian Peace Connection beizutreten. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Hörer und Hörerinnen Drohspar.fm fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun möchten, wir haben für Ihre Spenden bei Paypal ein Konto eingerichtet unter der E-Mail-Adresse drohsparfm.gmail.com. Übrigens, Sie können uns auch bei YouTube und Telegram sehen und hören. Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren oder eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.